Der Haussegen bei Nikki Bella und Artem Chikwintsev hängt weiterhin schief. Der Tänzer wurde Ende August wegen des Vorwurfs häuslicher Gewalt verhaftet. Kurz darauf reichte die Wrestlerin die Scheidung ein. Berichten zufolge soll Artem dennoch eine Versöhnung angestrebt haben. Doch diese Spekulationen weist er nun klar zurück. Die Berichte, dass ich mich mit Nikki versöhnen wollte, sind falsch, verrät er People. Sein Anwalt erklärte zudem, dass die beiden seit Anfang des Monats keinen Kontakt mehr haben. Zwischen dem Paar tobt nun offenbar ein regelrechter Scheidungskrieg. Nikki fordert das alleinige Sorgerecht für Sohn Matteo, während Artem das gemeinsame Sorgerecht beantragt. Trotz ihrer Differenzen betonen beide, dass das Wohlergehen ihres Kindes an erster Stelle steht. Die Parteien konzentrieren sich darauf, im Interesse ihres Sohnes zu handeln, heißt es offiziell. Nikki und Artem lernten sich 2017 bei Dancing with the Stars kennen. Damals funkte es jedoch nicht sofort zwischen ihnen. Zu dieser Zeit war Nikki noch mit John Cena verlobt. Nach der Auflösung ihrer Verlobung begann sie, Artem zu daten. Im März 2019 machten sie ihre Liebe offiziell. Ein Jahr später kam ihr Sohn zur Welt. 2022 gaben sie sich schließlich das Ja-Wort. Jetzt scheint ihre Ehe jedoch am Ende zu sein. Sowohl Nikki als auch Artem möchten das Beste für ihren kleinen Matteo. 2022 gaben sie ihre Ehe und die 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 Ehe und die